Hallo, mein Name ist Joanna Hoffmann und ich stelle euch meine Diplomarbeit im Fachbereich Produktdesign vor. Ich habe mich mit dem Thema Sicherheit im Badezimmer beschäftigt und dazu Griffsysteme entworfen für den Duschraum sowie für den Umbau. Im Grunde genommen habe ich versucht herauszufinden, was bedeutet eigentlich Care Aesthetik, wie ist diese definiert. Und zwar einmal ist die Hygiene und zum zweiten ist es Medizin. Also es ist einmal eine Art Medical Design, die da im Care Design passiert, sowie ein zusätzlich aufgesetztes Hygienedesign aufgrund des Wohnraums Badezimmer. Und ich glaube, dass diese Art von Aesthetik oftmals Menschen abschreckt, da einfach die Assoziation Krankenhaus besteht. Also ich bin gebrechlich, ich funktioniere nicht mehr so und so und ich kann mich damit nicht identifizieren. Insofern möchte ich auch diese Produkte nicht in meinem Wohnraum haben oder in meinem Badraum, da ich dadurch auch andere Menschen, die in diesem Raum bezüglich und preisgebe, aber auch mir selbst, ich funktioniere nicht. Genau. Und meine Lösung zu dieser Sache war, glaube ich, zu überlegen, welche andere Ästhetiken sind vielleicht ähnlich, aber ein bisschen sporen vielleicht mehr an oder haben vielleicht mehr Spaß im Auftreten. Und für mich persönlich habe ich einfach irgendwann beschlossen, um mehr an eine sportlich-modische Ästhetik zu bedienen oder mich tatsächlich sehr von typischen Badästhetiken einfach zu lösen. Also es gibt bei mir keinen Edelstahl, keine Silber-Chrom-Oberflächen oder sonst irgendwas, sondern es ist tatsächlich eher knallig-bunt. Die Objekte sind einteilig produzierbar, wodurch eine einfache Montage gewährleistet ist. Die Duschbrausehalterung und die Ablageschalen sind einhändig bedienbar, das heißt mittels einfachem Greifen höhenverstellbar. Damit man sich eben festhalten kann, aber auch gleichzeitig im Duschraum einfach sich persönlich einstellen kann, wo ist die Dusche, wo sind meine Ablageflächen. Das kann zum Beispiel variieren, wenn ich im Duschen sitze, muss die Ablagefläche weiter unten sein oder weiter oben. Ziel meiner Arbeit war es, eine Ästhetik zu gestalten, die unabhängig von einer Quer-Ästhetik existiert und Sicherheit im Bad vermittelt und auch einfach generationsübergreifend angenommen werden kann.